Heute, vor 70 Jahren, hat der französische Außenminister Robert Jouman mit seiner Erklärung den Grundstein für die Europäische Union gelegt. Sein Appell von damals ist gerade jetzt aktueller denn je. Europa wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen. So sein Leitsatz. Die aktuelle Corona-Krise stellt die europäische Solidarität mehr denn je auf den Prüfstand. Europa, das sind wir alle. Europa, das ist unser Lebensmodell der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und des Wohlstandes. Mehr denn je muss uns heute bewusst sein, dass unsere Zukunft in Europa liegt. Und deshalb ist es eine Verpflichtung, an diesem gemeinsamen Europa weiterzubauen. Europa, das ist unser Lebensmodell. Und das ist unser Lebensmodell. Europa, das ist unser Lebensmodell. Und das ist unser Lebensmodell.